ok rante karra nein danke wollen sie den fahrstuhl nutzen doch müssen wir ja wenn das den fahrstuhl abwärts ok wo bin ich jetzt ich bin da und ich muss zum donagate leck mich die karte ist weiter geworden trust point pandoras forschungslabor die karte da bin ich jetzt und ich muss ich kann auch den roten laufen ok wenn wir erstmal orientieren auf dem ding können die monster auftauchen ok ich muss ja es können coole sache gucken ob es neue sind ach du bist nicht neu du bist ein ganz altes fiener ach so ach ja hey odin taucht mal in der aufnahme auf j ja das ist odin und der hilft mal kurz bei der besiegt mal kurz den gegner das ist eigentlich sehr witzig wenn er auftaucht wenn äh sehr viele gegner da sind und er hat ihn durchgeschnitten ja und das wäre uns auch passiert wenn wir den ruinen nicht schnell genug gewesen wären yay Vampirzange gekriegt gut weiter geht's aha keine chance gegen mich ja ok was kommt jetzt ein käferchen ich glaub's nicht ange von hinten auch noch leck mich am arsch komm fache ich mach so 4000 schaden ist das krank ja komm aber IP sind IP ich meckere nicht dass ich IP bekomme la 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 ok jetzt muss ich gucken ich muss zum ach rosten das soll ich mal ein bisschen nach rechts halten la 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 das geht mir doch grad mal ein bisschen sehr auf den Nerv la d okay d oh es ist vergiftet Ich habe jetzt nicht mehr da... ... bis ich mir über 3500 schaden! Guck mal, was ist denn? Wie stark ist Excel bitte?! Das ist krank! Ich habe ihm noch nicht mal ne richtige Waffe gegeben! Mach Excel noch ein Level ab! Ich habe noch gestein gekriegt... ... ja... Das wär... ... alles langsamer, sicher wird stärker... So, ich muss nach Osten... Ich folge mal der blauen Straße. Da scheint ja so eine Art Hauptstraße hier zu sein. La 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 la. Und die Stadt ist wirklich mal groß. Kannst du nichts gegen sagen. Ba 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 ba. Und einen so einen scheiß Käfer-Fiech. Naja, ich würde mich nicht beschweren. Es sind... XP. Wow, ich habe jetzt mal nicht gedrückt. Der hat trotzdem noch fast 3000 Schaden rausgedrückt. Ist das krass. Und GF-HP hat er Dingens gemeistert. Habe ich gar nicht aufgete, wer das gemeistert hat. So, Menü, bitte. GF. So, du. Du hast es gemeistert. Oh, was machst du dein letztes hier noch? So, du musst das anmeistern. Das ist auch dein letztes, ne? Ja. So, du hast nichts mehr. Du... 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 destotrace-W nelleilstoffe... Du... 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 ich habe einen vergessen ich habe ein vergessen ich habe einen vergessen ich ich habe ja auch noch was du kannst du ein ersterben stammkunde genau das machst du auch erst mal es wird ganz hier noch interessant mit dem ding ja kein thema mal sehen was interessantes trauen schlaflösser nein kann ich was kaputt ja und da brauche ich die kämpfer nicht auf null zu setzen wenn ich die sowieso ohne probleme gewinne das ist schöne erfahrungspunkte level machen gut bei level ups für die gf das ist auch gut muss die koppelung sowieso noch mal genau überprüfen so bin ich jetzt beim luna geld noch lange nicht da geht es ja ganz hinten ich glaube es nicht anders ja ist ja gut mit den ganzen kämpfen jetzt mal na komm schon vorher hast du noch was sonst zu glauben erst mal wieder einmal sind wir nicht wirklich ja lalala lala 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 das war's keiner polar wind besitzt hier unberechenbare kälte kopf gut und weiter geht es weiter geht es da geht es und jetzt bin ich aus der stadt raus das ist ein labor ich muss nur ganz weit nach osten was dann noch was kommen wir jetzt noch neue monster oder auch solch die kurz ausstellen hat hallo hihihi bevor ihr einmal dran seid seid ihr kaputt jo excel und squall rocken gerade mal richtig lebens reingerecht ach und die koppelung schwimmen ich mich später obwohl kurz mal nach oben hat das jetzt überhaupt aber ich kann es nicht lassen du warst es nicht ne nein da hat ein ach du bist fertig mit lernen ist klar ähm da hinten was ist das das scheint das luna geld zu sein das ist eine abschlussrampe oder wat lalalala lauflauf geht nicht auf mein freund k незann das 1917 ich habe gar zwei hintereinanderخت die klingen gekriegt ist auch massen weiter 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 hier muss man ja okay sie ist hierhin gebracht worden okay haben wir eine abschussrampe gebaut hat wenn man konnte im auto entfahren habe ich nicht gemacht ist da gekommen du bist du im raumhafen lunagate wir wissen bescheid dass sie personalwart das präsentiert doch sie wollen wir uns zum mond schießen oder war das kaputt das ist der eingang das ist der eingang ja das ist der wunderbar wir haben auf sie gewartet ganze personal besteht nur aus frauen hier doch nicht rino was und auch schon nicht mehr gesehen also okay ich kann mich immer nur kommt er überhaupt her führt mich rein lalalala was soll es automatisch habe dass ich müsste wieder steuern er sei die passagiere was genau dann kommt mit mir wort schon gesagt luna ist mond und was macht ihr jetzt alle hier jetzt ist zwar weit entfernt aber es dauert nicht lange ihr wird fast durchgehend schlafen wo sollen wir eigentlich hin zum mond wahrscheinlich ich werde euch den gesamten vorgang einmal erklären zunächst steigt ihr in die eine kapsel hinein dort werdet ihr einschlafen eingeschläfert wenn wir die vorbereiten abgeschossen sind wird die kapsel abgeschossen wenn ihr irgendwann aufwacht werdet ihr schon am ziel sein das wäre der gesamte vorgang wo ist das ziel seid nicht es ist nicht ungefährlich seid ihr bereit klar wir haben gerade aufgefrischt dann kannst du jetzt bestimmt mit wem du fliegen willst das mädchen wurde schon eingeschläfert sucht ihr eine weitere person aus jetzt hätten müsste jemand meine macht versiegeln wir können aber nicht alleine lassen ich bleibe bei ihr ist das okay okay was mache ich nun verlass mich auf ihn auch wenn er ziemlich stark ist ich verlass mich auf dich ja ich werde sie beschützen egal was kommt es kann sein besorgt es ist ein hexer vergisst das nicht oder wer kommt und wer kommt mit mir geht das renor schon mal festgelegt dann nämlich christmas mit weil sie das höchste level hat und dann sie ausgleichen sollte was sich erschienen ja okay die person bitte einsteigen christmas kommt mit niederkommenden lalala okay ohne rüssel war auch so wollen wir dann mal weg zum mond wenn ich den namen wirklich richtig deuter Okay, die Kapseln sind in Position, dem Seilungssystem erlaufen Katapult in Bereitschaft, Maschinen laufen reibungslos Katapult, wat? Fehlerkorrektur plus 2, Umlaufbahn, minus 1, Korrekturen, beendet Feuer Yes, Sir Yes, Sir Yes, Sir Klar, wie im Revolver werden wir das Ding geladen Wow Und natürlich werden wir zum Mond geschossen Was jetzt, ist der da jetzt zu Ende oder was? Yay Yay Okay 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 Okay